Also, just in case ihr denkt, ihr seid verrückt, schaffe ich noch zu toppen? Ich habe mir da mal was schenken lassen über eBay Kleinanzeigen. Das sieht man hinter mir. Was ist das? Ein Zirkuszelt. Zumindest Teile davon. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die versuche mal zu bewegen, dann habe ich ziemlich Respekt vor Zirkusleuten, die das ja ständig auf- und abbauen und auch in Größenordnung und das alles auf einmal im Grunde genommen. Denn das hier sind nur Teile vom Dach und eine Seitenplane. Respekt!